Vor drei Wochen wurde ich angeklagt, überführt des Mordes an meinem Bruder und zum Tode verurteilt. Die Berufung wurde abgewiesen. Ich fühle, sie ist an diesem Verbrechen nicht schuldiger als ich selbst. Ich hoffe, Sie werden die Gefangenen nicht darin bestärken, sich irgendwie selbst zu bemitleiden. Das macht nämlich alles noch viel schwieriger. Sie werden es in jungen Jahren noch zum Direktor bringen mit Ihrer Zech, gell? Ah, das ist nicht mein Ehrgeiz. Obwohl ich mir oft gewünscht hätte, Lennart wäre tot, fühlte ich mich nie berufen, irgendetwas in dieser Hinsicht zu unternehmen. Dieser Bruder war ein schwieriger Geselle. Schwierig? Verrottetes, korruptes Schwein, das war Lennart. Vertrauen Sie der Güte des Allmächtigen und seiner Gnade. Suchen Sie mir doch jede kleinste Notiz, datiert vom Januar. Es geht um Ihr Leben. Ehrwürdige Mutter, Ihr Leben. Das ist Ihr beste Weg, Schwester. Ich muss aber sehr dummer gewesen sein. Festen Sie der Güte des Allmächtigen. Wir haben also einen Niederlanden, Hari Sammarsch, habe ich zdrow ket doit,esee jerked. darsthen Sie mir radio Bleib Convers mit. Ich kann Ihnen auch... Untertitelung des ZDF, 2020